Hey Kameramagier, anschließend an die Overlay Frames habe ich mir gedacht, mache ich mal noch ein paar Stream Frames und diese sind teilweise schon vorgerendert, aber das Ganze gibt es auch noch mal als DaVinci Projekt für dich unten zum Downloaden. Unter meinen DaVinci Resolve Downloads unter Graphics findest du jetzt auch ein 23 Stream Overlays und die kannst du dir runterladen und du kannst sie dir auch schon mal angucken. So sehen die ungefähr aus, sogar noch ein Christmas Theme ist dabei und sogar Alerts sind dabei und das kannst du dir alles runterladen. In den Stream Frames findest du zuallererst mal das DaVinci Resolve Projekt mit einem .dra Ordner, den du als Projektarchiv importieren kannst und du findest natürlich die Stream Overlays schon vorsortiert. Wenn du das Ganze als Webcam Overlay nutzen willst, dann solltest du in OBS zum Beispiel wie ich hier eine Bildschirmaufnahme machen und dann deine Webcam einfügen. Ich füge jetzt hier mal meine Webcam ein als existierendes Webcam Gerät, ziehe mir das mit Steuerung gedrückt halten unten in die Ecke und kann mir das dahin positionieren, wo ich es haben will. Und jetzt möchte ich meinen Stream Frame einfügen, also nochmal auf Plus, dann eine Medienquelle einfügen und dann Medienquelle hinzufügen. Auf Endlosschleife stellen, weil die ganzen Teile sind ja nur vier Sekunden lang. Dann navigierst du dahin, wo die Stream Overlays sind und kannst dir jetzt hier aus den vielfältigen etwas raussuchen. Zum Beispiel hier diesen Polygon Frame, den ich mir jetzt hier einfügen will. Und dann kann ich den hier auch wieder mit Steuerung geklickt halten, hier über meinem Bild positionieren. Und du siehst, meine Webcam füllt noch nicht diesen Frame an sich aus. Deswegen klicke ich auf meine Webcam und füge einen neuen Filter hinzu und sage hier unter Filter, ich hätte gerne eine Bildmaske slash Vermischung. Klicke auf OK, nehme dann mir die Alpha Maske und sage dann durchsuchen und jetzt kann ich mir aus dem Ordner, wo ich es her habe, mir den richtigen Frame raussuchen. Ich glaube, das war der hier, Polygon Flower Frame 01. Und damit siehst du, ist meine Webcam so weit zugeschnitten, wie das Bild eigentlich aussieht. Und damit passt, wenn ich meine Webcam jetzt wieder ein bisschen größer mache, meine Webcam super in dieses Bild hier hinein. Und der Frame kommt quasi über dem Ganzen zu liegen. Und jetzt habe ich ein animiertes Webcam Overlay, was ich halt immer nutzen kann. Jetzt würde ich ein bisschen noch meine Webcam anpassen, damit es besser passt, aber so würdest du es nutzen. Aber jetzt schauen wir uns an, wie wir das Ganze in DaVinci Resolve anpassen können, sodass das auch unsere Farben hat. Ich öffne also hier DaVinci Resolve und mit Rechtsklick drauf kann ich hier Restore Project Archive klicken. Dann kann ich dahin gehen, wo ich die Stream Frames runtergeladen habe. Und da in dem Ordner DaVinci Resolve Project kann ich hier das Streamframes.dra-File, das ist kein Ordner, das ist ein File, anklicken und dann auf Öffnen klicken. Und jetzt importiert er mir quasi dieses Ding als neues Projekt. Das heißt hier Stream Frames und da siehst du es, kann ich einfach doppelt anklicken. Und jetzt hast du hier alle Overlays einzeln drin. Und du kannst zum Beispiel die Farbe ändern, indem wir zum Beispiel in die Fusion Komposition selber reingehen. Einfach auf Fusion klicken und uns dann die orangenen Blöcke vornehmen. Und dann können wir hier zum Beispiel unter Style uns die Farbe ändern. Wenn wir zum Beispiel rot-orange gehen wollen oder zum Beispiel gelb-magenta. Nicht unbedingt die beste Kombi, aber ja, es funktioniert. Und da kannst du hier einfach deine Stream Farben einstellen und das Ganze einfach hier unter Deliver nochmal neu rendern. Und wie du eine WebM Datei erstellst und richtig mit Transparenz aus DaVinci Resolve exportierst, habe ich dir hier verlinkt, zusammen mit ein paar Stream Transitions. Bis dahin Kameramagier, bis zum nächsten Mal. Ciao.